Unsere Partner spielen eine sehr, sehr zentrale Rolle, eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer 100% Channel-Strategie. Sie eröffnen uns entsprechend Wege zu Kunden, zu neuen Projekten, beraten die Kunden entsprechend vor Ort, implementieren die Lösungen bei den Kunden vor Ort und können natürlich auch so ihre Dienstleistungen platzieren und natürlich einen sehr, sehr großen Beitrag an unserem Erfolg leisten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Partner sehr, sehr gerne mit uns zusammenarbeiten. Zum einen, weil sie halt sehr, sehr gut getreut werden, weil die Zusammenarbeit sehr, sehr eng ist, aber natürlich auch, weil die Margen sehr, sehr hoch sind und wir natürlich ein sehr, sehr lukratives Geschäft für unsere Partner hierbei anbieten. Um eine lückenlose geografische Abdeckung in unserem Team und in der DACH-Region entsprechend zu gewährleisten, haben wir zwei neue Field-Sales-Mitarbeiter für den Außendienst in Deutschland rekrutiert. Weiterhin natürlich auch unser Team noch verstärkt um einen Pre-Sales-Consultant, der bei uns im Felde unterwegs ist und natürlich ganz wichtig, um unseren Kunden entsprechend deutschsprachigen Support zu bieten. In unserer Muttersprache haben wir auch noch weitere vier Kollegen eingestellt, die sich nur um die Bedürfnisse unserer deutschsprachigen Kunden entsprechend kümmern und dort Support in unserer Muttersprache liefern. Es gibt natürlich noch andere Themen, andere Aktivitäten, mit denen wir in Deutschland auffällig sein wollen. Wir haben aktuell eine sehr, sehr starke Promotion laufen, wo wir unsere Hardware-Appliance verkaufen an Endkunden und der Endkunde bekommt dabei tatsächlich eine zweite Maschine inklusive drei Jahren Wartung dazu geschenkt, kann diese frei verwenden und das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Aktion, die uns auch momentan wirklich eine sehr, sehr gute Awareness auch im deutschen Appliance-Markt bringt und uns auch sehr, sehr gute Umsätze momentan bringt. 8.30 Uhr